Musik 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 Hier soll das Carport hin. Also soll doch ein Carport sein, oder? Ja, wir müssen hier erstmal ein bisschen aufräumen. Ja, ich hol mir mal Handschen. Nicht so richtig, wo ich die habe. Ähm, ja gut, habe ich gesagt. Da. Ich glaube, dann gucken, wie ich hier rankomme. Guck, also so. Ach nee, das ist nur ein Holzklotz. Ich bin auch schon so. Ja. Das könnte noch sein. Oh, bist du fertig? Wie so ein Staubsauger. Dieser Hund. Hier können die auch sein. Ich finde die jetzt nicht. Kritische Situation. Ich gehe nochmal in der Werkstatt gucken. Hier ist auch nichts. Wo will ich denn Handschen haben? Mann. Hallo. Nicht, dann nehme ich einfach Pampons. Nimm einfach deine. Jan, ich gehe alle. Ich höre alle Gäste. Alle! Ich gehe alle Gäste. Ich gehe alle Gäste. Das ist nicht neuer. Da ist auch mal das Kaputtklocken hier. So, jetzt geht es weiter. Papa hat nur Quatsch was gehauen, da war mir die Kamera mit dabei. Papa hat nur Quatsch was gehauen, da war mir die Kamera mit dabei. Papa hat nur Quatsch was gehauen, da war mir die Kamera mit dabei. Papa hat nur Quatsch was gehauen, da war mir die Kamera mit dabei. Papa hat nur Quatsch was gehauen, da war mir die Kamera mit dabei. Geht das schon? Geht's? Der ist unten her zugewachsen. Ja, der ist unten her zugewachsen. Nee, du bist da am Zaun. Nimm rum! Nimm! 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 Wo ist denn? Warte! Wohin? An die Holzplatte. Kannst du das mal her sehen? Ja. So Leute, es ist vielleicht gerade ein bisschen laut. Aber es regnet gerade extrem. Und ich habe mich hier mal jetzt gerade mal unter die Kolette geflüchtet. Hier ist nämlich eine Plane drauf. Ich möchte euch nämlich mal zeigen, was wir schon geschafft haben. Also ich weiß nicht, ob man das da hinten sehen kann. Ich kann ja mal versuchen, ein bisschen ran zu zoomen. Wir haben Steine ausgebuddelt. Ich kann auch immer hingehen sonst. Also wir haben jetzt bis jetzt hier Steine rausgeholt. Und das alles aus diesem Loch hier unten. Wir haben jetzt gerade nochmal gemessen. Papa hat da oben und da glaube ich auch. Und jetzt wollen wir schnüren. Wofür ist das gut, Herr Wendland? Schnüren? Ja. Ja. Damit man weiß, wo man langfahren muss. Achso, ja. Stimmt, da war was. Und Josi ist immer noch am Quieken. Wir haben auch gerade außerdem eine Kaffeepause gemacht. Ich habe auch einen kleinen getrunken. Papa hat gerade leer. Und ja, ich glaube, jetzt ziehen wir so eine Schnur. Weil wir wissen müssen, wo wir die Borde langlegen müssen. Und wo wir den Bordgraben machen müssen. Und halt, wo wir auch die Pfähle hinsetzen müssen. Also, ich hoffe ihr versteht mich, weil es gerade windig ist. So, ich habe jetzt den Auftrag bekommen, was zu machen. Ich soll ein Maßband suchen. Wer ist dies? Ich glaube, drinnen ist eins. Ich weiß aber nicht, wie lang. Eigentlich muss ich ja in der Garage einsauen. So, mal gucken in die Garage. Sehr. I have found it. Ja, ja. So. Also, ich kann euch ja mal zeigen, was wir hier haben. Also, wir haben hier Holz. Okay. Wer hätte es gedacht. Wir haben hier so 5 Meter Latten und 4 Meter und Bretter. Und so eine Hülsen. Hier haben wir Winkel, Dübel und Schrauben. Und hier haben wir 8 Sack Zement. So. Folgende Situation. Also, hier müssen... Wir müssen ja da die Erde wegholen. Und hier wollen wir das dann reinschmeißen. Aber da hier genau der gleiche Scheißwein ist, müssen wir den erstmal wegmachen. Und dann können wir da die ganze Erde hinschmeißen, oder? Genau. Ja. Also, und das machen wir jetzt erstmal und dann melde ich mich wieder, wenn wir fertig sind. Jüss. So. Also, ich hab nicht so richtig Lust. Aber, naja. Scheiß Dinge müssen auch gemacht werden. Aber Papa ist hier jetzt grad am Rechen. Von diesen doofen Nadeln, von diesem, wie sagst du mal, Friedhofsgewächs. Das liegt hier alles rum. Und das muss alles da hin. Weil, damit wir pflanzen können. Hecken. So. Also, einmal ein kurzer Zwischenstand. Wir haben es jetzt, glaub ich, gleich halb elf. Ne, halb zwölf, wa? Ich hol jetzt hier den Tisch. Damit wir einen kleinen Zwischenschnack essen können. Und Papa ist jetzt hier gerade immer noch am Müll wegmachen. Das macht er ganz toll. Sag mal Hallo. Hallo. Ja. So sie ist hier an der Schleppleine. Da. Hier kann man sie sehen. Frisst Mecklenburger Gras wahrscheinlich. Hier ist fast die ganze Mülle weg. Und wir haben, da hinten war das, ne? Der Rasenbord. Ja. Da noch ein Meter Rasenbord gefunden. Wer weiß, wie die da hingekommen ist. Oder der. Ja. Hier liegt ja auch noch was. Und hier sind wir aktuell auch nicht weiter gekommen. Weil wir halt da erst vorbereiten mussten. So meine Lieben. Wir haben jetzt gerade von der Hausfrau Essen bekommen. Ich hab ein Croissant, Wasser, äh Bockwurst und Wasser. Papa hat Bockwurst, Sam finde ich ganz unfair. Ein Brot geschmiert und äh trinken. Was ist das? Tee wahrscheinlich. Ja, denke ich auch. Ja, das ist Pfefferminztee in Kalt. So Leute, wir sitzen gerade im Auto. Wir haben es 13.30 Uhr. Äh 13. Hier. Ja, mein Bruder hatte in zwei Minuten Schluss auf der Arbeit. Hatte ich schon erzählt, glaube ich. Äh, in einer jetzt mittlerweile. Er hat aber, er muss noch Kasse abrechnen und so. Und wir holen ihn jetzt ab. Dann fahren wir nochmal zum Baumarkt. Holen Kagerohr, ne? Ja. Und dann fahren wir nach Hause und dann gibt's Mittag. Heute gibt's Königsberger Klopse. So Leute, wir sind jetzt mittlerweile wieder zu Hause. Waren noch schnell im Baufuchs bei uns in Wittenburg. Haben zwei Schlauchkupplungen gekauft und ein 2 Meter Kagerohr. Papa, wir können essen. Ja, jetzt gibt's Mittag. Königsberger Möpse, äh, Klöpse. Mit, äh, ähm, ja, mit Kartoffeln und Karotten. Ähm, also dieses Gemüse. So, es ist jetzt 2 Uhr 34, also 14 Uhr 34. Wir sind jetzt fertig mit Mittag. Äh, oder, fertig sind wir schon etwas länger. Aber wir haben noch einen kleinen Nachtisch gegessen. Ich war gerade nochmal bei den Katzenbabys. Die kann ich euch gerne auch nachher nochmal zeigen. Ähm, ich werd mich jetzt so umziehen. Also, meine Hose und meine Juhe. Ja, mich umziehen. Und dann helfe ich, helfe ich dem da. Dem. Der da, der da läuft. Okay. Möja Faser. Hihi. Naja, okay. Ich zieh mich dann eben schnell an und dann bin ich gleich wieder durch. Au! Also, ich bin immer noch Handschuh los. Und wir haben jetzt hier das Rohr. Das KG-Rohr, die 5 Meter Reste, haben wir jetzt hier verbunden so rum. Denn hier, was ist das für ein Stück? Ein Abzweiger. Ein Abzweiger. Ein Abzweiger und ein 45 Grad Bogen. Und da hat Papa ja hier das Rohr von da. Das ist, ja. Und dann fließt das hier rein. Und jetzt holen wir Kies. Und jetzt holen wir Kies von dem Anhänger da. So, also wir haben jetzt hier Kies geholt und ich habe das platt gemacht. Also verteilt. Da sind gute 5 Zentimeter auf dem Rohr drauf. Da jetzt vielleicht nicht unbedingt. Aber hier. Ja, ich habe das hier auch ein bisschen platt getrampelt. Und ungefähr da, wo hier der Strich ist, wenn ihr das erkennen könnt, da kommt der Bord, der Bordgraben hin. Ja, äh, was machen wir jetzt als nächstes, Papa? Ich würde ja sagen, Mischerplatz einrichten. Ja. Also Plane, Treckervorfahren, Treckereien bringen. Und Mischer hin. 80. 87. 87. 1 Meter 7 minus 20 ist 87. Da unten ist denn unser Nullpunkt? Genau, da ist es. Da? Okay. Der schränkt mir aber jetzt doch ganz schön hoch. Ich wollte gerade sagen, weil unser, wenn unser anderer Nullpunkt da unten irgendwo ist. Das ist doch die Null schon. Ja? Das ist, da müssen wir haben wir bohren. Okay, also kommt hier. Da unten müssen wir bohren. Da. Krass. Da müssen wir bohren. Ja. Das ist Fußbodenhöhe. Okay. Hier irgendwo rein bohren. Ja. Und dann können wir schnüren. Und das Maß. Was wir da haben. Genau. Bis hier, das müssen wir da hinten übertragen. Ja. Und was machst du folgendermaßen? Also brauchen wir erstmal zwei Sticken. Hä? Aber gleich brauchen wir doch erstmal zwei Sticken, oder? Ja. Ja, die war. Einen hast du da. Und dann hab ich ja gesagt, du darfst den anderen. Nein, ich hab die ja nicht rausgezogen. Wer hat die dann rausgezogen? Weiß ich nicht. Ja, Luca? Einer hat hier gesteckt. Letztes. Als wir den Zaun abgebaut haben. Hat einer da gesteckt. Ja, den haben wir ja da. Achso. Genau. Aber das war doch nicht der. Oder doch? Da ist auch ein. Ja, da haben wir auch noch einen. Ist denn hier drin? Das Huhn läuft ja auch noch. So, jetzt machen wir das so. Ich hab das nur, dass ich den Link so viel machen kann. So, wir haben eckig gebaut. Hoffst du? Hoffst du? Hoffst du. Das ist... Die Hoffnung stirbt zuletzt. Haben wir eckig gebaut? Auf jeden Fall ist die Wand nicht gerade. Hier ist ein... Abstand. Warte, ist das da hinten richtig dran? Ja, ne? Ja, hier ist auch nicht gerade. Genau. Kann man auch nicht drauf an. Nicht? So, jetzt hab ich hier einen Strich, ne? Den Strich müssen wir... Pass auf. Jetzt von da... Moment. Wir müssen erst bohren. Wir müssen erst Schnür haben. Ich will hier reinstecken. Hä? Dass wir schon mal wissen, wo... Ja, hier kommt das von hinten weg. Okay. Rate mal, was ich hab. 6,8. 3,6 Stabfallen. Mach Pause und stink, Engel. Ich klau mein Bruder ne Cola. Naja, ich hol mir ne Apfelsaft. Ich hol Säf. Wie sieht der denn aus? Warum ist denn der so... So... Weil ihr sie so... so dreckig. Wird schon seine Richtigkeit haben. Da will mich jemand kranken. Ich muss euch nachher dann die Katzenbabys zeigen. Oh, hier sieht man ihn gut. Da. Hallo. Na, kommt ihr gut voran draußen? Mhm. Hast du die tausend Steine weg? Sind du unterzuckert? Ja, 3,6 Stock fallen. Oh. Hallo. So Leute, nach der Unterzuckerung bin ich jetzt wieder einsatzbereit. Und zwar, Papa hat schon gescheatet, weil er hat schon angefangen. Aber er hat gesagt, es ist okay, dass ich mich hinsetze. Und zwar hat Papa hier gerade gebohrt, einmal da, wo er gerade gegangen ist, da ist auch ein Dübel drin, also hat es in die Wand gebohrt. Und dann hat er hier eine Stange reingekloppt und hier hat er auch gebohrt. So haben wir jetzt unsere Schnur oder unseren Lot, sagt man dazu doch auch, oder? Flucht. Flucht. Da haben wir die Flucht jetzt dazu, dass wir unsere Rasenborde setzen können. Oh. Oh. Ein Tier. Oh. Na hier bin natürlich wieder ein Fehler gemacht. Pff. Lull. Ist der Strich denn auch unser Strich für die Rasenborde? Ja. Boah, so hoch müssen die? Ich weiß nicht, wo du das hast. Jetzt müssen wir noch ausmessen. Wie viel waren denn jetzt hier? Ach so, haben wir noch gar nicht. Ja, ist doch gut. Ja, hier ist eine Schraube mit Dübel. Ach, das Stromgerät, ne? Unter der Steckdose anhalten. Bisschen genau jetzt mit der Null, ja? Genau unter der Steckdose? Ich mach bis hier ran. So, dass die neue Ecke ist, dann lass. Jo. Warte, ein bisschen brauche ich noch. Ja, nimm mal was du willst. Gut. Dürfte passen. Warte, nee. Jetzt. Jetzt. So, vier Meter und acht. Ja, eigentlich müssen es vier Meter zehn sein. Hatten wir doch hier schon. Ja, wir haben. Toll! So, Lasi, jetzt musst du da auf die Ecke. Unten, wo die Schiene ist, ne? Das ist die Ecke. Das ist so eine Schiene. Die geht auch bis runter, oder nicht? Wie, da? Ja. Ja. So, und die Ecke ist deine Null. Die Schiene sozusagen. Ja. 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 So, das muss jetzt ein bisschen stimmen. Sonst passt nachher alles nicht. Okay. Ich muss mich verlassen. Ja. So, dann halt ran da. Ja. Warte. Jetzt. Ja. Kann das passen? Ja. Das müssen wir nachher nochmal nach. Ja. Ich vertraust mir nicht. Ja. Wegen hier. Wegen dem. Ich hier. Ja. Was ist los? Ich hab jetzt mal was von... Du hätt das hier eigentlich kaputt gefahren. Ja, wollte ich auch nicht. Wann ich auch nicht. Ich auch nicht. So, was jetzt? Dann brauchen wir noch einen Schnurnagel. Einen Schnurnagel. Also nochmal euch das zu erklären. Hier läuft ja so eine Schiene lang, die man glaub ich braucht beim Verputzen. Und hier unten habe ich jetzt angehalten an die Schiene, damit wir unseren Nullpunkt haben. Wow! Das ist jetzt ein Halbschlag, ne? Ja. Den hast du, wie heißen die? Nur Nagel. So, jetzt guck mal hier gerade runter. Nicht gegen die, dass ich da auf den Strich bin. Ne, bist du nicht? Wohin denn? Nach da. Das ist zu weit. Noch ein Stück nachher. So, jetzt genau. Das ist das Bestimmten. Hammer da, mach das Ding rein. Warte, ich guck nochmal. Ja, wir machen nachher noch einen anderen. Du machst Dinge. Oh, der V meldet sich. Hallo, ich bin auch da. Kannst du den mal reinzucken da ein bisschen? Ja, gib mal Hammer. Sagst du? So, halt mal an. Ne, warte mal, der ist schon zuckig. Wollte gerade sagen. Das ist ja noch höher. Zieh den mal raus nochmal ein bisschen. Oh. Ja. So. Und jetzt können wir den nochmal ordentlich festklopfen. Runter? Ne, lass mal so. Okay. Lass mal so. Hopf dich mal hin. Mach ich auch. Und dann musstest du mal das Ding da an die Schnur halten. Willst du das hin? Ja. Ich kann das da auch dran machen. Ja? Ja, warte. Okay. Die Schnur ist auf jeden Fall nicht gerade. So, dann müssen wir da. Mach mal das Ding höher, die Latte. Nicht so viel. So. So müsste das. Also, müssen wir den noch höher machen. Dann gibt's einen Bleistift. Mal ich an. Genau. Ja, hab. Gut. Bitte. So, kriegst du jetzt nicht so weit hoch, dass das da hin kommt? Wie mach ich den auch? Ne, einfach hochschieben, das Ding. Am besten nicht, ohne den Pfahl zu verschieben. Ja, noch ein bisschen höher. Der muss doch locker sein. Ich hab doch hier, da ist doch nix stramm. Gut. Geht so. Okay. Ja. Und ich muss das noch höher. Ja, ein klein bisschen. Wieso kriegst du das denn nicht aufgemacht? Das ist doch locker. Das ist doch nur ein Halbschlag. Ja, aber... Der ist fest. Ja, ist okay so, Lars. Lass mal. Ist okay. Okay. So, jetzt noch mal prüfen. Aua. Ich esse. Einfach an die Latte ranhalten. Ja, warte. Schieb doch nicht. So, ja? Jo. So. Vielen Dank.